Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. So, jetzt schauen wir mal. Wir waren ja unterwegs. Ah, es ist jetzt erforscht, was ich da reingemacht habe. Ich habe nämlich so eine Festplatte gefunden. Jetzt habe ich alternative Rezepte gefunden. Also, Draht- und Eisenplatten. Oder Ja. Eisenbarren und Draht. Okay, da könnten wir uns nämlich die Schrauben sparen. Okay. Ich muss mir jetzt eins auswählen. Das ist doof. 21,5. 5,65 und 15 pro Minute. Dann würde ich doch Ja, das nehmen, ne? Das würde ich so Rad bekommen wir hinten ohne Ende und dann überspringen wir halt die Eisenplatten So Alienorganismen Was haben wir denn hier? Ich habe nur sieben Panzer Ähm, habe ich denn noch irgendwo Panzer drin? Die hatte ich doch mal irgendwo gesammelt, oder? Eine Panzer drin? Nö Vier Panzer drin? Ja, vier Dann sollte das doch jetzt reichen, um das zu erforschen, oder? So Alienorganismen Das hier, ne? Und starten Drei Sekunden So, das hätten wir Gut Ah, jetzt kann man eine Armierpistole herstellen Und was ist das? Erweiterter Werkzeug Okay Das ist nicht so das Thema Das hier Können wir auch machen Was ist das? Das wird schon ein bisschen schwieriger Brauche ich denn die Armierpistole unbedingt? Was ist das hier? Inventarkapazität Äh Und dann machen wir mal zuerst Zweitausend Äh Kabel, ne? Geh weg Ich muss da tun Zweitausend Kabel Sind ja hier hinten, ne? Also Da müssten die sein Wo war das jetzt noch? Äh, war das hinten? Äh, war das Was steht das denn ein Stück zurück? Ah 2000, ne? Ja, ja Ich kriege gar nicht ein Inventar Äh, äh Nee So Was ist das? Piefel Okay Ähm Eisenbarren Mach ich mal einen Müll So Dann kommen hier noch 2000 Das reicht Warum ist das hier so Offset gebaut? Warum? Das sollte doch eigentlich hier Bündig sein Eigentlich hier schon drin Ja, so ein bisschen was, ne? Okay 15 Kupferbachen Draht Haben dann auch 15 Kupferbachen Vertraht Und der macht dann Ja Alles klar Gut Soweit So weit So gut Ich hätte gerne hier so Stützen hingebauten Aber dafür brauchen wir ja unserem Awesome Shop Geld Den brauchen wir dafür Ja Kann auch immer noch nicht hochhüpfen So Gehen wir heute mal die Forschung nochmal durch Dann machen wir Äh 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 Machen Was war das? Alien Organism Das hier? Nee Das hier, ne? Äh Forschung starten Fünf Minuten Dann haben wir mehr Inventarplätze Und dann kommt das hier Dafür brauche ich noch mehr Alienpanzer Alienpanzer Würde ich jetzt alles mal nochmal hier hineinpacken Und ich brauche, äh Kämpchen Alien-Sachen kommen da hinein Was ist das? Samerz Ja Brauchen wir Und auch nicht Dann haben wir hier noch mit Selium Das könnten wir ja auch noch Ähm Ja Darum Nicht das da rum Oh Ist da noch was drin? Nee Doch, hier war noch was drin Untätig Untätig, weil Auf 20 Biomasse Und er hier macht Stand by Ist der denn ausgeschaltet? Welcher Idiot hat den denn ausgeschaltet? Das macht hier gar keinen Sinn Ähm Ja Alles klar Wo konnten wir denn den Ja, das ist Kommt langsam aber sich Kommt ihr Zeug zurück Da schrauben es bald voll Und hier Ja, so ein paar von denen haben wir ja noch Den Schradter Es macht Sinn denn hier irgendwo hinzubauen Oder Schauen wir mal Ähm Aus dem Schrad Können wir ja immer wieder abbauen Jetzt nicht äh Steingemeißelt Obwohl Hier kommen die ganzen Sachen raus Und wenn ich den Schradter schon hier irgendwo auch hinbauen wollen Was ist der Eingang? Ja Äh Äh Ist das so? Jetzt muss Jetzt ist da Eingang drin Jetzt Oh, der Eingang ist Richtig Ist das so richtig? Ja Ja Das ist so Äh Und was bekommen wir denn ganz viel? Ich würde erstmal behaupten, dass wir Eisenstangen Ne, hier kommt noch ein Türmchen drauf, würde ich sagen Und zwar Meiner Äh Oder Hennen Okay, gut Ähm Erstmal ausbauen Äh Hier ist schon ausgebaut Okay Gut Alles klar Gut Dann kommt der Meiner trotzdem dahin Der Meiner Mk1 Dahin Ich habe ein bisschen Strom Was in der Nähe ist Irgendwo Da Und dann Gehen jetzt In den Schradder Machen Äh Weil zur Zeit brauchen wir dieses Zeugs noch nicht Zeugs, ne Da Darüber Und Dann hier hinein Der braucht ja keinen Strom Oder Auch der Strom Äh Doch der braucht Strom Äh Äh Okay Kommt jetzt Jetzt Hier Eisen Oh Warte 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 Mk2 Brauche ich doch hier Äh Alles klar Gut Kohle haben wir auch keine gefunden Nicht Ein Plan Ich habe jetzt das ganze Terrain hier abgegrast Äh Und Echt keine Kohle gefunden Wirklich nicht So Dann geht das hier mal ein bisschen schneller Schneller Wir das hier fertig haben Umso schneller bekommen wir Coupons Wie man das hier gleich sehen Kein Strom Kein Strom Ist jetzt alles aus Ist es Mann Äh Und warum Wahrscheinlich ist sonst der Treibstoff aus Ja Ist Treibstoff drinne Dann ist hier irgendwo Äh Hier ist auch Treibstoff drin Dann nicht Brauche ich zu viel Strom Das kann natürlich sein Ja Ich verbrauche zu viel Strom Okay So Was brauchten wir hier noch Das waren Äh Ja Kabel Da war ja das Inventar voll Ach du lieber Gott Kabel 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 Und Weil ich hier mit der Kettensäge durchgehen Wenn ich sie denn am Start hätte Nein Ja Was ist denn So Da hinten war auch noch Schön was Nicht so gesehen Aus dem Augenwinkel Da unten Da ist es Bitte Wie jetzt Ich hab schon wieder Ja Keinen Treibstoff Ne So Geht's wieder Wird echt bald wieder Hier Zeugsform Bäume Blätter So Erstmal Kabel Kuschkusch Dann kriege ich auch nur Bretter raus 500 Zollten reichen So Dann Fahre mich jetzt mal noch ein bisschen Bio Treibstoff So Alles ist wieder befüttert Alles läuft So Inventarkapazität Vergrößert Ja Was wollen das jetzt 5 Slots dazu Das war das was ich nicht machen konnte Das ist schwierig Das brauche ich im Moment nur nicht Das wäre noch eine Idee Was da ne Mal 5 Alienpanzer Habe ich nicht Alienpanzer Hm Noch nicht in diese Richtung gucken Vielleicht gibt es ja hier auch noch Aliens Das heißt ich war schon in der Richtung aber noch nicht weit genug Hier muss es ja auch irgendwo noch Katerium Erklären Wie viel habe ich nicht gefunden In meinem ganzen Ausflug habe ich nicht viel gefunden Gar nicht Ja Ja Aber im Moment ist mir das noch ein bisschen zu gefährlich Um da hin zu gehen Ne Kann man einfach stehen So Dann gehen wir mal hier so am Rand lang An den Bergen ist doch meistens So Zeugs Euch vor allen Dingen Zeugs Ne Also Mineralien Was weiß ich denn Außerdem muss ich da hinten Das alles nochmal neu umbauen Erfällt mir nicht So Gibt es hier noch was Also hier am Rand lang Wie ich gar nichts Okay Äh Rumpflächen Ich will nie benutzen Wo ist der Drache Ich höre ihn schon Da ist er Mich doch getroffen Was Bleibst du hier Sag mal So jetzt aber Ich will doch hier noch gucken Dann muss er dort noch irgendwo Katze geben Äh Glaube ich Sicher Bin ich natürlich Nee Ich bin hier überall rumgelaufen Ohne Karte ist es schwer zu sagen Wo man schon war Wo man dann nicht war Und dann einfach mal da hoch Nee Wenn es berghoch geht Springt er nicht mehr Irgendein Grund Irgendein Grund Sind keine Vorkommen Das ist noch so ein Ding Ich will die anderen Viecher haben Mann Was kaputt ist Kann mich später nicht mehr angreifen So aus dem Hinterhalt Wenn ich nicht dran denke Was haben wir da hinten Ist das ein Totem oder was Was könnte das sein Mal die Kettensäge auspacken Das Kettensägen Weiß es nicht Ausprobieren Äh So Quarz Dann Blätter Blüten Blätter Kalkstein Eieieieieie Jede Menge War nicht das Was ich suche Elkstein Mit Helium Ah Mit Helium Hätte ich jetzt echt genug Was heißt genug Ähm Ich hätte jetzt Mit Helium Aber Da hat was gekletzert Irgendwo hat mir Hier was gekletzert Da hat was gekletzert Hier Glittert was Was zum Was Was das Eisen Normal Da ist auch noch ein Eisen Okay Das lohnt sich aber doch nicht Sowas anderes Wer ist dann so mit Kohle Oder Kohle wäre doch mal Echt hilfreich Also gut zu wissen Dass die Dinger hier Mit Helium Gehen Ey Es ist denn vielleicht Wie Auf Anderen Karten Dass man hier So Rand Irgendwo lang Muss Und Oben Vielleicht Das findet Was man sucht Aber wenn ich Jetzt hier gucke Ich Ehrlich gesagt Gar nichts Überhaupt nichts Also Eisen Haben wir gefunden Kupfer Haben wir gefunden Das war es aber auch schon Pff Gute Frage Was ist das Kalkstein Kalkstein Ja Schon wieder So ein Stab Jetzt was finde Kann ich es nicht markieren Muss ich mir das Im Kopf merken Ich Könnte schwierig werden Kann ich doch bestimmt Auch Ketten Sägen Oder Was qualmt hier So Was qualmt hier Also das Ding Hier Weil hier Überall Doch was Ja schon wieder Was Etwas mit dem Ich mich nicht Anlegen Will Man Von Hier Was Sehen Außer Wasser Nichts Gewesen Keine Kohle Eine Verflixte Kohle Wo war das Ne Dort kann man gucken Marz Befel Alkstein Kupfer Eisenherz Quarz Ich bin aus Quarz Irgendwas machen Irgendwie Kohle Daraus machen Ja Alles klar Also ein bisschen Zu weit weg Nochmal Quarz Das war das Quarz Hier noch was Hm So geht es runter Was ich aber nicht Will So hier ist wieder So ein Essensbusch Dann wird gleich nochmal Ne Da war ich schon Da war ich ja schon Da ist nochmal So ein Essensbusch Hier liegt was rum Ich hab dich Hab dich schon Verstanden Nehme ich dich halt mit Mal hier Schönes Falkstein Was Verleidigen Ihren Bruder Oh Ich brauch Ich muss die aber doch Sammeln Wegen den Alienpanzern Oder Oder Ich hab dich Weggeschleudert Komm her Machen hier echt Mehr Schaden Als alles andere Gehlendtanzer Ne Genau Nein 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 Muss ich die auch Angreifen Alles klar Gut Dann Weiß ich jetzt Wie ich an Alienpanzer Herankommen Wahrscheinlich Finde ich jetzt Nie mehr Fliegen Dinge Wäre mal wieder Typisch Hier war ich wohl Schon Hier ist noch So ein Ding Kalkstein Kalkstein Braucht man Aber Auch nicht So In rohen Mengen So Was Unser Da Da ist die Hub Wollen wir mal Noch hier Hochgucken So Ich melde mich Dann wenn ich Wieder zurück bin Wie wäre das Okay Okay Da sind wir auch Wieder schon Zurück Heißt Wieder Ja wir sind Zurück Alien haben wir Durch Katerium So Sollte ich Vielleicht mal Analysieren Dann kann ich Nämlich nach dem Auch suchen Glaube ich Oder 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 Geht das jetzt Erst wenn ich Das gemacht Hab Hier Und Barren Ja geht nicht Ah mit Selium Hätte ich noch Ein bisschen Was Das Und Gewebe Ne Belohnung Selium Und Blätter Und da Die Hab ich Nicht Und dann Komme ich Auch nicht Weiter Die Gibt es Hier Gar Nicht Biomasse Gebraucht Von der Biomasse Ein Plan Und mal Ein paar Blätter Dann gehe ich Wieder Dahin Schaue ich Mir Das An So Mit Selium 100 Dann mache ich Mal Da mache ich Mal so 100 Biomasse Geht Ja Schnell Raus Und Hier Ne War Katerium Ne War Es Nicht War Mit Selium Bezahler Selium Wann Starten Drei Sekunden So Jetzt Das Wie kann Ich Ja die Bären Die kriege ich Ja So Was haben wir Hier Brauche ich Auch die Bären Hier Brauchstahl Und für Stahl Bräuchte Ich Übertakten Das Können wir Ja Schon Mal Machen Was ist Hier Schneckenscan Was bringt Ein Schneckenscan Aber wir können Ja erstmal Jetzt Warte Nein Jetzt geht Doch weg Will nicht Oh Das zuerst Weil das habe ich Ja Habe ich Alles dabei Forschung Starten Dann machen wir Hier den Schneckenscan Da brauchen wir Nur noch Ein bisschen Kabel Äh Woanders Äh Da 50 Äh 50 Sollte es ja Da hinten Zu geben Äh Sollte da hinten Ja Lärlich sein So 120 Pro Minute Wir haben Genau Ein Coupon Ja das Bringt hier Halt Nichts Ich müsste Hier noch Ein paar Fabriken Vorschalten Die das Ganze Veredeln Dann gibt es Mehr Punkte Aber Im Moment Ist das Nicht Möglich 50 50 Sind Hier Drinnen Jede Menge Oh Nicht Das Auf 50 Oh Oh 50 Habe ich 64 Super Ist ja Egal Wir Könnten Das Aber Auch Hier In So Container Gehen Lassen Wo Ich Äh Weg Machen Die Container Nehmen Die Dazwischen Packen Richte Die Aus Jetzt Richte Dich Doch Aus Und Dann Kann Ich Nämlich Immer Nicht Zeugs Über Hab Was Hier Rein Ballern Zum Beispiel Wenn Ich Jetzt Hier So Komm Da Was Wenn Ich Jetzt Hier So Zum Beispiel Was Was Nicht So Viel Beton Hätte Oder Hier Kalkstein Kann Ich Hier Ein Packen Dann Wird Das Da Raus Genommen Hoffentlich Und Wird Das Dann Nicht Raus Genommen Warum Hallo Warum geht der Kalkstein Jetzt Nicht Raus Kann ich den Dann da hinten hinpacken Kann ich den so reinpacken Wo so Das geht Auch Nicht Hä Warum Kommt Dann Hier Jetzt Kein Kalkstein Dann Raus Wenn Ich Hier Kalkstein Einbauer Äh Gleich Jetzt Ah Okay Dann Hätte Ich Hier Noch Schwefel Oder Schwefel Brauchen Wir Mal den Schwefel Schon Analysiert Und Die Ich Dann Jetzt Nach Katerium Suche Mal Schwefel Schauen Analysiert Hatten wir Genug Schwefel Zum Analysieren Das Die Frage Da Hatten Wir Auch 50 Schwefel Weil Ich Kann Ja Nach Schwefel Auch Noch Gar Nicht Das Hier Andere Forschung Durch Okay Quarzsand Haben wir Auch Glaube Ich Genug Ne Wir Haben 31 Hier Brauche Ich Was Mache Denn Damit Könnte Ich Quarzsand Ich Will Erstmal Das Hier Machen Hier Schwefel Ja Ist Durch Aber Wir Brauchen Noch Mehr Schwefel Und Schwefel Konnte Ich Doch Gar Nicht Gucken Oder Was Das Denn Arterium Herr Ja Doch Hier Füllen Arterium Erz Können Wir Hier Okay Arterium Rubisch In 50 Metern In Die Richtung In 75 Arterium Erz Selium. Doch, mit Selium. Hier doch. Was fehlte denn da noch? So, Gewebe und das hier war... Ja, das... Ja, das ist doch doof. Wenn ich die nicht fände. Lado-Beeren. Was geht dann? Ich komme hier nicht weiter, ne? Fallschirm kann ich dann mitbauen. Selium hätte ich. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen... Äh... Dem Zeugs. Biomasse, ne? Biomasse? Die nicht mehr ist gemacht. Na, machen wir das halt nochmal. Dann machen wir das halt nochmal, so. So, hier, ne? Beim Selium. Das habe ich ja schon gemacht. Fallschirm. Äh... Müsste ich erstmal... Das herstellen, ne? Mit Selium und... Gibt eins. Ich brauche... Brauche ich denn? Zehn. Zehn. Das wäre dann... Äh... Woher tue ich denn da... Äh... Wieso wird jetzt... Mit Selium weniger? Bioma... Habe ich Biomasse mit Selium gemacht? Nein! Das will ich... Das will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Na da. Ah, jetzt habe ich das Ganze mit... Ja. So, brauchte ich zehn? Wieso habe ich aus Mycelium Biomasse gemacht? Oh, pfff. Mal mit Selium. Falschirm. Forschung starten. So. Das hätten wir. Gehen wir mal von unten durch. Hier brauchen wir... Kohle. Was ist... Ah, okay. Hier... Was könnten wir... Forschen? So, und dann brauche ich die Dinger. Äh... 100... Was sind das? 100... Quarzkristalle. Quarzkristalle. Äh... Wer ist Quarz finden? Quarz kann ich noch nicht. Das hier... Da habe ich jetzt natürlich... Ein bisschen zu wenig. Okay. So, wieder... Inventar ein bisschen aufräumen. So. Ähm... Mycelium kommt hier. Dann kommt hier ein... Quarzsand. Ein Mensch braucht im Moment. Das. Ähm... Ein Kateriumerz. Aber... Na gut. Müssen wir nachschauen. Kupfer. Müll. Dann kann hier drin... Das. Müll kann... Hier drin... Sortieren. So. Sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Ja. Habe ich hier was zum reinwerfen? Habe ich noch Holz? Ja, aber hier ist noch hundertprozentig Holz drin. Äh... Ja. Hier ist Holz drin. Hätte ich das mal auf... Eigentlich, ne? Wie wäre es, wenn ich... Hier so ein Ding hinstelle. Lager-Container. Geht aus? Ähm... Wohle eher nicht, ne? Aber da... Geht sogar. Perfekt. So, dann würde ich hier mal einstellen wollen. Äh... Kommt nämlich alles, was hier ist. Kommt da hinein. Zuerst mal... Holz. Na ja, und dann erst Blätter. Das heißt, ich habe jetzt hier Blätter drin, oder? Ach, nicht auch. Und... Willst du das? Holz? Da sind Blätter. Will ich nicht. Äh... Geh weg, Blätter. Hm. Äh... Noch mal. Ja, zuerst Holz. Dann so Holz hier hin. So. Und danach Blätter. Kann ich natürlich nicht sagen, wenn ich jetzt die Blätter hier reinballere, ob die dann schon da durchgehen. Warum ist das hier so langsam? Untätig? So, maße Holz. Untätig. Äh... Äh... Okay. Weil der so langsam ist, gell? Ja. Warum ist der so langsam? Kann ich jetzt übertakten? Hier war der. Kann übertakten. Was würde hier bedeuten? Dann... Wir müssten uns da unten so ein Energiefragment herstellen. Kann man ja machen. Für sonst kann man ja die Schnecken nicht gebrauchen. Machen wir das mal, ne? Eins... Zwei... 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 Oh, und... Zwei... Zwei... Das habe ich mir so gedacht. Und du wieder raus. Einfach reinmachen. Das hat dann deutlich zu viel Stromverbrauch. Vielleicht schon wieder irgendwo leer. Das ist das Problem? Kann natürlich auch sein. Das ist es nicht. Okay, dann kommst du auch noch raus. Ich raue rein. Wieso? Hm. Aber da läuft doch alles. Hab ich noch so ein Ding? Na, was fehlt mir jetzt? Eisenplatten. Das ist echt bitter. Eisen. Ja. Aber es lief doch auch mit einer Übertaktung. Und Schrott. Oh, geht's da ran. Oh, komm schon. Äh. Hier habe ich nix zum reinpacken. Äh. den ganzen Biotreibstoff dahin getan. Aber erst mal das hier mit drin. Damit der überhaupt anlaufen kann. Verziere jetzt 156. Konsumiere 148. Hey. Hm. Ich habe 1, 2. Wo habe ich denn? Muss die ja sowieso verteilen. Hier will ich da mal 200 reinpacken. Hier. Ah. Ja, ja, sowieso habe ich aber nicht. 200 drin. Und. Hm. Alles klar. Gleich wieder alles, alle. Oh. Muss man voll machen und jetzt fehlen nur noch da unten die beiden. So. Gehen nicht voll. Oh. Oh Mann, 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 Mann. Gehen nicht voll. Warum stoppt es denn hier schon wieder? Der so langsam? Der macht 300 die Minute. Was sollte doch eigentlich reichen, um den zu befüttern? Da kommen wir jetzt hier mal die Biomasse mit. Hm. Ach, der macht 300 die Minute. Ja. Klar. Wie wäre das denn? Oh, jetzt sollte das auch hier gehen. Klar. Ja, wird es ja gar nicht los. Hey. Komm. Oh, jetzt. 240 die Minute. Das geht ja gar nicht. Ich habe nur 120 erbann. Das macht ja so gar keinen Sinn. 180 die Minute macht schon keinen Sinn. Oh, 120 die Minute geht sich dann genau aus. Oder? Ja, der kann ja ruhig 300 die Minute machen. Bringt ja nix. So. Und wenn jetzt hier kein Holz mehr drin ist. Was gleich der Fall ist, dann kommt Blätter mit drin. Ja, jetzt kommt 2, 1, 0. Hopp. So, jetzt kommen die Blätter hier. Das sollte dann funktionieren. So. Ja. Bakuma, die Biomasse noch. Okidoki. Okidoki. So. So. Da kommt ihr jetzt mal hier hinein. Und sortieren. Was ist das noch? Reisenherz. Reisenherz. Na ja, stimmt. Von hier hinten, gell? Von. Ah. Dieses Eisenerz. Genau. So. So. Der fördert 120. Das wird hier immer mehr, das Eisenerz. Wo ist das denn? Läuft er doch eigentlich nicht, ne? Oder ist ein Außenschritt einfach zu... Außend. Nicht außen genug. Zwei Coupons. Ja. Okay. Dann. Und hier die Blätter, ne? Muss ich das gleich umstellen? Wenn das Holz durch ist, stelle ich das auf Blätter. Ja, ich weiß. Eigentlich hätte ich das hier. Blätter. Holz. Und dann zwei von den Dingern hier hinbauen. Die hier zusammenführen. Das wäre eine Idee gewesen, ne? Aber... Wie ich das Ganze umbauen? Besser ist das, oder? Besser ist das. Ich bin das jetzt mal umbauen. Ah, hier. Ich schon wieder... Ich habe keinen Beton mit. Ich habe keinen Beton mit. Sagt er, umbaut trotzdem weiter. So, Caterium war da hinten. Okay. Okay. Aber was mache ich denn mit Caterium? Ist es denn so wichtig? Stimmt wichtig. Guckt euch an. Da kommt echt wenig Beton raus. Aber der braucht 45. Er liefert hier, ne? 60 Kalkständen. Mal mal 45, 90. Da habe ich das Ding. Das übertakten Ding nicht, aber... Das würde bedeuten, äh... Er braucht 45. Er braucht 5. Und ich den... Äh... Auf 15, 100 Takten, ne? Die Produktionsrad... Äh... Äh... Nee. Mal mal... 5. Okay. Dann braucht der 15. Genau. Der braucht... 45. Dann sollte das jetzt eigentlich schneller gehen. Das sind nämlich zusammen 60. Ansonsten hat der eine nämlich hier immer so ein bisschen... Man sieht das schon. So ein... Ja, so ein... So ein Stillstand. Füllt sich das jetzt hier? Und ich schalte dann mal ganz kurz auf. Ich schalte dann mal ganz kurz auf, wie sich das hier Wand gefüllt hat. So, und das Band ist jetzt in dem Moment gleich gefüllt. Dann kann ich den wieder anschalten. 17. Ordnung und hier so. War viel. Nee, das hat noch nicht gereicht. Pause. Hier war noch nicht genug drinnen. Das hier ist jetzt aufgelaufen. Das hier aber noch nie. Äh, ja. Das geht hier jetzt ganz genau auf. Warum auch immer. Theoretisch... Wirst du das nicht so sein? Äh. Nicht denn hier? Nee, kann ich nicht. Kann ich... Komm ich nicht mal ran, dann Kalkstein, oder? Ah, doch. Komm ich. Mach ich das mal. So, ihr habt jetzt überall das Lager voll gemacht. Also das hier. Und da hinten schon ein bisschen. Also wenn ich den aber jetzt anschalte, sollte ich den kaufen. Oh, hier dürfte es nicht weniger werden. Weil ja so produziert wird, direkt wieder zwei, drei nachgeschoben. Ein Stockzieher, das ist gut. Und hier läuft es an einem durch. Dürfte hier auch eigentlich immer voll sein. Genau. Jetzt produzieren wir 60... Ne? 60 Beton die Minute. Das passt doch so. Komm mit reinbauen. Jetzt läuft das am Stück. Das ist gut. So, dann werde ich hier jetzt nochmal Beton brauchen. Dann reicht die eigentlich. Aber wieder alles viel zu eng gebaut. Komm. Jetzt snap da. Also das, was ich hier aufgebaut habe, wieder abbauen. So, weg. Du kannst noch stehen bleiben. Und dann würde ich das dann mal richtig und zwar Wir brauchen erstmal zwei Lagercontainer überhaupten wollen. Den da. Dann habe ich jetzt So, Jan. Kann hier dann in die Mitte und einen davor. Dann, wenn er in der Mitte ist, passt doch passend. So, dann. So, Schottding. jeweils zwei von denen davor. So. So. So, du sollst dich bitte ausreden. Hätte ich trotzdem gerne in der Mitte. Nein, ich so. Da hin und da hin. Da hin und da hin. So breit. Es sollte passen, oder? Passt ihm nicht. Kacke. Und einen nochmal dahinter, ne? Dann. Seht mir jetzt Kabel. Komm. Echt. Extrem gut. Kabel. Ne, Draht. Ne. Doch, Draht. Nicht Kabel. Draht. Und wenn ich hier ein Fusionator hinbaue und dann was da hinten über ist. Ja, Abzweige. Dafür müsste das aber erst mal alles voll sein, ne? Okay. Rad. Am Start. Reimt sich sogar. Was sich reimt, ist gut. Ich baue jetzt schon wieder alles unten hin, ne? Dabei wollte ich eigentlich alles oben hin bauen. Was hier hinten alles rot ist, also. Alles noch nicht verbunden, ne? Ah. Schauen wir mal. Wenn ich den rechts an den Rand setze, das mache ich auch, glaube ich. Weg. Weg. Du bist genau in der Mitte, ne? Aber auch nicht so richtig. Okay. Okay. Jetzt mal richtig ausrecken. Hier an den Rand. Gehen da an den Rand. Ne, da kommen die Dinger hin. Gehen da an den Rand. Und den hier an den Rand. Und den hier an den Rand. Sollte das doch passen, da? Ohne. So. Dann. Hier so. Hier so. Also erst mal ein hier hin. Am Struktur. Steht er. Wenn ich das darüber steht. Soll hier so hin. Ah. Da soll er nicht hin. Gehen. Ein hin und. Da ein hin. Warum kann ich den jetzt nicht bauen? Da so. Ja. Nein, dahinter. eigentlich nicht nur ein einer in der mitte wird er reichen hier kommen die paletten raus 300 genau dann kommt hier ein fusionator hände da waren sie und auto hinten aus und die mitte ist das die mitte irgendwie nicht man kommt dahin und hier hinter kommt dann noch mal das ding kann ja 300 verarbeiten haben wir gelernt gelernt haben was nicht aber er kann 300 verarbeiten okay und dann kommt hier hinten kommen meine kontinuier nur ein lager kontinuier erreicht ja schon aber container dahinter wird mir ex fehlt mir hier fehlt was dahinter 120er band von noch 60 60 120 er kann ja dann trotzdem noch 120 machen da ist das alles das ist doch müll hier 120 raus und wenn ich den wohl machen wird machen und hinterher noch an dahin gehen dann zusammen da hinein ich stelle dann mal um es war auf es den bio treibstoff braucht 120 biomasse die minute genau fester bio treibstoff jetzt kommt hier in die mitte nämlich ich komme jetzt warum ist das nicht ausgerichtet ach 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 dann geht hier zusammen und dann mit zwei mal 60 aus auf 120 und wird dann fusioniert hier hinein ohne und dann dann kannst du ja später wieder austauschen machen jetzt du all 120 hinein weiß es verschwendung und ich weiß dass das hier jetzt zum beispiel war wieder nicht ausgerichtet ist ach ach jetzt ach 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 hat jetzt mit beiden aus wenn ich das so mache oder hat sich da oben als ich gedrückt habe hier reichen jahre 60er nein er muss jetzt hier gemacht und zwar aus biomasse blätter lettane biomasse holz was ich jetzt hier mal blätter rein und hier kommt das holz ich denke so könnte das funktionieren die hälfte am biomasse reinballern produziert jetzt biomasse wird rausgefördert da hinten passt so weit strom um strom 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 hier ist irgendwie alles schon dicht nach hinten kann niemand ohne kann es auch gleich von ist ein von das sind ja nur stück manche bitte und wegen ist mehr als ein habe ich ja noch da dran ist hallo da sind doch jetzt nur drei dran sonst keine weitere verbindung anschließen weg leitung kann auch weg eigentlich kann ich ja jetzt von hier ne hier da da vielmehr ich würde ja da rüber weil da kommt es halt hier danach hä und danach ähm habe ich denn hier hinten nix habe ich hier gar nix was ich anschließen kann habe ich nicht ähm ja von hier nach da ne und dann wenn ich dann da hinten in der mitte gehe ich das hier gleich fertig hab ne fällt mir der strom aus sonst müsste der mit dem verbunden werden so und der muss weg okay komme ich nochmal von dem dem das ist klar jetzt hier auch viel drin ich kriege denn das jetzt hin das sollte doch jetzt funktionieren wenn ich den hier weg macht und mache ich von dem und dann funktioniert das ganze und reinhauen okay dann muss ich die noch anwerfen also er kann dann noch mal da und er kann auch noch dann den nach wenn wir jetzt alle angeschlossen hier ist noch rot warum ist hier noch rot ist doch dahinten verbunden haben nix eingestellt ja ja hatte ich so alles klar kommt jetzt hier alles zusammen und wird hier zu festem biotreibstoff so schauen wir uns das ganze nochmal an also er hier verbraucht 120 blätter und macht 60 biomasse ok dann kann ich das bei der band im k1 das macht ja sonst keinen sinn gleiche gibt doch dann für den hier oder da ok 60 holz zu 300 biomasse 300 biomasse 300 biomasse ja aber holz haben wir ja so so richtig 120 laufen hier rüber werden hier gemacht der verbrauch 120 macht 60 der verbrauch 120 macht 60 aber ich produziere hier nur 60 dann kann ich den ja auch auf 50 prozent stellen 50 prozent braucht auch weniger strom dann würde das eigentlich so klappen aber kein holz mehr naja wir haben hier biomasse immerhin also wir haben festen treibstoff biomasse müssen wir uns besorgen hey wo besorgen wir uns schnell biomasse da oben vielleicht hier ist ja so gut wie nix mehr jeder ist nix mehr auch kohle ich den kohle her und wenn die theorie austesten in holz 16 holz aus einem riesen baum dann war's nicht gut ok wo krieg ich denn auf dieser map dieses euch sehr dieses diese bären metro bären nee metro bären war woanders ja war ich denn hier schon drinne was denn pro quats alles mitgenommen drei holz insgesamt 36 holz eine große gute ausbrüche würde ich mal so sagen was noch hier ist ja auch nix ob ich jetzt kalkstein aufgetammelt ok 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 was da hinten ist da was das ist nur so ein doofes tier ja tier lass dich jetzt mal tier sein ich brauch dich nämlich nicht ich brauch alienpanzer keine alienorgane jetzt gut junge junge hast du jetzt davon hast du jetzt davon so aber unsere stromproduktion steht ja erstmal weit hier oben die dinger kann ich nicht kaputt machen ne ich denn hier häng nicht rum jetzt haben wir nicht viel auch nicht viel doch komm komm hier nicht hoch komm hier einfach nicht hoch was dann würde dann hier oben äh das Gifting anfangen zu ich ziehe was dann wetter das müsste doch holz sein kalkstein ich komme immer wieder kalkstein raus denke ich vielleicht hier den boden rein äh das kann man ja so einsammeln wo ich ja kein mit zu verbrauchen warte noch ich kann es so einsammeln das Ding nicht wo man schon holz also ihr könnt mir auch schreiben wo es hier denn Kohle gibt Arterium kann ich jetzt scannen aber Kohle habe ich noch gar keine gefunden Null absolut gar keine nicht ein bisschen so das bringen wir jetzt gleich noch da runter und dann ist gehäude genug gesammelt ein paar Bäume weg hacken da ist er da ist er da ist er das hier ist alles Holz ne oder ohne Mengen von Holz hätte auf der anderen Map vielleicht von vorne anfangen sollen weil da kannte ich nicht wenigstens ein bisschen das ja nicht heißt dass wir da am gleichen Startpunkt ankommen oder ich glaube nämlich eher nicht kein bock mehr zum sammeln wir bringen das jetzt in unsere super duper Anlage warum ist da hinten gelb jetzt müsste ich da vielleicht noch das ganze beschriften aber das kann man ja die komplette Ränder Blätter auch 120 Blätter wir können auch nicht über das Band und dort holz rein äh holz holz komm hier 60 holz an verbraucht 24 820 Biomasse ja warum noch 120 ganz einfach weil wir nur 120er Bänder haben der verbraucht 120 Biomasse der verbraucht auch der verbraucht auch 60 wo kommt das denn äh 860 ja so ja klar klaro ist ja auch egal es wird ja hier alles gesammelt und kommt dann später sowieso hier rein so gut dann bedanke ich mich fürs Zuschauen wir sehen uns Mittwoch und tschüss